Ein Anime, den ich zeichnen soll. Und ich zeichne. Hallo und herzlich willkommen zu äh, Scribble.io mit Galax Boy Hallo Freunde, was geht? Mit mir Hallo! Den Lord Drachen, Lord, äh, 3777 und Noro. Hallo, ich bin Deko und ich bin auch dabei. Das interessiert mich alles nicht, ihr Scheiße. In, in der Edition Anime. Mit dabei. Jetzt geh aus! Ich hab gar nichts gemacht. Gar nichts. Ich hab's drinnen, Alter. Ich weiß nicht, was auf mich zukommt, ne? Oh Gott. Achso, okay. Ich bin natürlich. Oh, ich darf anfangen. Äh, ich kenn... Oh! Oh nein. Ähm, ähm. Oh nein. Oh Gott, was ist das denn? Oh Gott. Oh, mach mir. Zeichne, zeichne. Oh, ich bin wahrscheinlich in der Mitte. Okay, schöne Haare schonmal. Oh, der meint sich langsam. Das ist doch pinke Haare. Ähm, ähm. Pinke Haare? Digga, gibt's keine Hautfarbe? Ey, jeder hat pinke Haare. Hier, Hautfarbe. Hier, jeder hat pinke Haare. Hier, jeder hat pinke Haare. Hier, jeder hat pinke Haare. Oh nein, ich hab... Ich weiß, was ist der größte Scheißdreck. Ich hasse es so sehr. Ich hasse es so sehr. Hey, das ist mein Lieblings-Annevi. Das ist mein Lieblings-Annevi. Hä? Ich weiß, weißt du noch warum, weil du mich angeschrieben hast bei diesem Hilen-Video? Oh, sicher? Und mich zu rot im Boden beschimpft hast, dass ich dich mag. Okay, welches Film-Annevi ist das? Kannst du halt so nicht erkennen, aber... Mal einfach einen Roboter. Ich kenn kein Anime mit einem fucking Roboter. Äh, du bist doof? Es ist halt Darling in the Friends, ne, meine Freunde. Hey, das darfst du noch nicht sagen. Es ist vorbei, es ist vorbei. Alter, wie scheiße kann man nun malen? Hättest du die Hörner gemalt, hättest du es vielleicht noch erraten. Was soll ich malen? Die hat ja nicht mal einen roten... Die hat ja nicht mal was rotes an. Aber ehrlich? Der hört gar nichts an. Ähm, schreib das doch nicht. Hä? Was...-was ist das..? Azzam... Azzama... Was? Boah! Ach dass... Alter, die Scheiße schreiben läher. Döner 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 Ich auch nicht Ich hab mir das im letzten Moment noch eingefallen Scheiße Warte mal Jetzt kommt der Künstler Halt geschrieben Was ist das denn? I in der Mitte wahrscheinlich Okay ein Mensch Wow Wir wissen alles Ich hab keine Ahnung Ich hab keine Ahnung Nur in dieser Frisur Alter ist die aus wie Broly Digga Hansa Gut dass du es falsch reingeladen war So habt kein Bock mehr Lasst ein Like da und ein Abo auch Aber nur wenn es euch gefallen hat Haut rein Schau